Ja, die 500. Folge aufnehmen, so denke ich, hier mehr besonnen können, dann vielleicht auch mit Abonnenten zocken, dann macht es vielleicht auch sichtlich mehr Spaß. Ja, eben, genau. Dann können wir uns ja auch das Erweiterungs-Pack mal gönnen. Irgendwann mal. Ja, wir sehen uns dann ja alles sehen wir mal. Habe ich jetzt die Mission schon gemacht, also die Spezialmission dabei, spinntöten oder nicht? Ah, nein, doch, spinnbezwinger mit, habe ich das schon geschafft. Oh, aber jetzt ist so lang, weil ich will mal Action sehen. Oh, ich muss noch eine Spinne tun, dann habe ich die Mission geschafft, genau jetzt. Nein. Ja, bei beiden, genau. So, bei beiden, sie sind bei mir geförten Kopf. Das können wir eben auch auskürzen, also machen bei so einem Sänger in Mittler, also im Dreh. Okay, und dann, es sinkt über uns, ja, und dann können wir diese Spezial-Pack. Ja, 10 Hörter-Show-Punkte eben, da so bekommen wir einfach Hörter-Show-Pack mal. 5, 5, 5, so, solche, ähm, Mietrig. Ah, jetzt, game, jetzt ist das, hm. Das war das einzige, jetzt gibt's keine Spinnbezwinger mehr, oder doch? Müssen wir noch einen umbringen? Glaube ich nicht. Das mittelisch wäre das einzige gewesen, oder wie? Oh, bis jetzt sinkt er auch noch dort. Wollen wir jetzt so erstmal noch? Ah, wo? Ah, dort auf der Seite, okay. Ja, hier war die immer. Ja, aber, ich meine, wenn. Ja, aber, ich meine, wenn. Den müssen wir beide suchen. Jedenfalls hab ich jetzt benutzt. Ich auch. Das ist ja jetzt so eine Verbindung, die einfach wieder zurückgeht, oder? Das weiß ich jetzt noch von der Map her. Guck, jetzt kommen wir wieder auf den gleichen Ort zu. Und das links und rechts unten raus. Das links und rechts sind jetzt Sackgassen, ja. Da kenn ich mir drauf manchmal, aber auch gar nicht mehr. Ich seh nach dem ganz verschieden. So, jetzt bin ich gerade drauf. Verzerrung. Jetzt sind wir wieder netzer. Okay, dann können wir jetzt raus. Ja, ich hab nicht mal ne Verzerrung bekommen. Nein, 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 nein. Ah, nein, doch. Zuerst muss ich wieder zu Adli spinnflucht. Aber dann gibt's noch ne andere Mission, wo wir nochmal hier runter müssen. Und das mal raus hier. Also, kann ich das jetzt gegen mehrere Feinde anwenden? Nein, ich kann's nur gegen einen. Aber eben bei Endpersonen ist es praktisch, aber so ist es eigentlich nicht so. Bei großen und klar, also bei verschiedenen Feinde anwenden. Auf den Beruf freu ich mich auch schon. Oh ja, das wird los sein. Das haben wir doch immer auch so gemacht. Ich finde das irgendwie auch so ein bisschen nervt, weil du hast dann immer so viel Zeugs bei dir und so. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Ähm, vielleicht... Weißt du, was ist gefeiert? Vielleicht wär's mal schlau, wenn du musst die Tasche kaufen. Eine Tasche mehr. Ja, das... Ja, das. Aber da hat man die Tasche, hat man die Tasche, hat man sich dann kauft für Emo, oder hat man die nur für Glück? Ja, das ist... Ja, für Emo, oder? Ich kann von näher, für Emo... Ernsthaft! 395 für alle charakter eines kontos frei das ist extrem teuer aber für alle das das rechtfertigt das immer für alle charakter eines kontos es ist übertrieben vom preis ja da habe ich zwei jahre als man kann jetzt mal kaputt über das würde ja so um die ja okay wer so ja sieben acht Euro sie müssen dann die 2.300 Prozent über die überteuert ja wie wird man das ein Worschein nicht mit dem Landkreis und sonst ein bisschen mehr schluss und die eine Mission gewesen Nein, jetzt hab ich schon gebraucht. Ich wollte es jetzt nicht kaufen. Lecksteiner! Hallo! Äh, lol. Das sieht ja geil aus. Kommt, bleibt einen Augenblick. Ah, jetzt kann man dann mit Siegbaut haben. Ja, extrem. Jetzt haben wir die Mission. Ja, wir sind natürlich. Ja, neue Schulderschütze bekommen. Und noch extrem viele Belohnung und Spinnen. Warte, was ich da alles hab. Versucht Julian Reis, die Meisterin der Lehrlinge in der Handelshalle von Schluch. Was? Jetzt geht's dann eben zur Schluch. Oh, ja. Da bin ich ja mal froh. Nice. Warte, ich hab schon wieder so viel Material. Ich kann jetzt schon wieder alles verkaufen gehen. Ich brauch so viel, das nicht. Wie kann ich euch zu diensten sein? Weißt du, was wir machen können? Bank. Genau, die Bank. Gibt's noch. Das kommt später, ja. Nee, das können wir doch schon... Nee. In Schluch oder in Bre kann man das das erste Mal machen. Ja, eben. Ja eben, das kommen wir jetzt dann. Dann können wir nämlich unsere Items-Sorgler. Das ist extrem geil, ja. Geld und Items. Und dann krieg ich all diese Sachen, die ich jetzt noch nicht nutzen möchte. Und sie dort laden. Für einmal Geld. Okay, das wird draußen. Auch doppelte EP. Das müssen wir noch lassen, bis wir... Bis wir Level 30 oder so sind. Nee, nicht unbedingt. Ja. Einfach bis wir in... Ja. Ja. Ein Sammelander wäre dafür glaub ich ziemlich geil. Ja. 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 Aber wenigstens kostet es wenig mehr, wenn du es wieder hochkommst. Es gibt irgendwie Spiele, aber hier ist es wenigstens mal nicht so. Da bin ich ziemlich... Ja. 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 Ahtopi, taucht, über. Ja, ist ja ein Gold und sieh ich auf бой. Alter, wie bist du das mit doch mal auch wenn ich habe jetzt in die nur zwölf ich glaube wenn ich dich auf die Karte bekomme, bist du auch schon mit der EP oder? wir müssen einfach mal bleiben jetzt ja 30 und du? ich auch okay ich muss einfach ja oder im gleichen gebiet es kann doch sein oh jetzt muss ich eben das heißt doch ich den dach in wodurch den einsetzen muss damit du es geht ich muss sich fünf hundert mal einsetzen andere mal ich mache auch nicht dann das wer macht rechtsklick bei einem gegen und So greif ich mit dem Bogen an, wenn ich jetzt eine Aus-Taste klicke auf die Stunz. Ja, guck jetzt, jetzt krieg ich doch auf Jena. Ja, mir ist schon klar. Aber von Nahkamp-Taste. Genau, ich kann das nur so ab und zu ab. Ja, Jena, dem Aus-Kamp-Machine, glaube ich. Meine Staradankriffe machen auch nicht so viel Schaun. Ich muss mir den Bogen bieten. Also, doch, es bringt schon, weil du kannst... 10-19 Schaun macht, ja. Mach doch, du kannst einfach so machen, dass du von der Stunz jetzt abknutzt. Ja. Dann bin ich gemischt. Ich bin nicht so, wie soll ich sagen, im Mittelrange. Wir sollten dort runtergehen, das weißt du. Ja, das kann ich sagen, wie eigentlich jeder. Ja. Auch jede Klasse, ja. Ich schlage euch eigentlich jede Klasse zum Spielen vor, außer die... Wie heißen die? Diebe, oder? Ah, Schurke. Schurke, oh Gott. Nein. Ja, gut. Schurke... Ich mag die nicht. Wenn man eher so... Stealthen will, also so... Verge ich da nicht hin, Mann. Du musst du mir kommen, ich hab's auch ganz ergänzt. Nein, wenn man so schlechten will und so... Ja, genau, Hate-Man und so, dann ist das wirklich gut, weil man kann sich dann auch... Ne, unsichtbar weiß ich nicht. Doch, doch, unsichtbar kann man sich dann verstecken. Ja, als Bade kann man unsichtbar werden. Später da. Nice. Ja, ich glaub schon bei... Äh... Äh... 25. Eben, aber... Du kannst dich dann auch so... Von einer Seite zur... Äh... So antren, wie... Wie teleportieren aus. Ich stehe jetzt zum Beispiel... Sagen wir, jetzt stehe ich hinter dir. Okay. Jetzt kann ich hin, äh... Ich hab' dann gesagt, ich spiel plötzlich vor. Ich hab' dann... Ich hab' dann... Ich hab' dann... Ich hab' dann noch ziemlich praktisch, ja. Aber... Vom Schaden her... Oh Gott. Vor allem du... Du hast keine Möglichkeit von der Entfernung zu schiessen. Ich glaub' du kannst Schurken nur als Hobbit spielen. Abläufe. Na, wir haben noch süß dich irgendwie... Hehehehe, alle Hobbit sind Schurken. Alle Hobbit sind böse. Ja, was sonst ist eigentlich? Also, das ist eine Art. Warte, 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 warte. Ich will kurz meine Range vom Bogen aussetzen. Alter, das geht noch recht weit. Da kann ich zwei Bogen schüsse anmachen. Hier, diese Distanz. Alles geht. Alles geht. Helfer. Kann voll bellen in die Schuhe. Jetzt müssen wir hier hin oder jetzt im Keller Zeugs da. Ich weiß gar nicht. Ja, ja, Iora Knight. Das will ich hier. Gleich sehen, was das für mich ist. Alter, das habe ich so geil gefunden. Hä? Kann ich ja ankommen. Das können wir manchmal auch machen. Die können nicht mehr so lange machen. Ich bin da unten. Du warst so anders. Hä? Fade. Fade. Nein, man. Falsch. Dann müssen wir hier links oder? Rechts, rechts, rechts. Das heißt, gar nicht. Das ist nicht ganz rechts, oder? Das ist sogar ganz, oder? Ja, ganz rechts. Ja, genau. Ich kann hier noch mal. Da, ich kann noch mal reißnen. ich habe ihn angegriffen ach ich hatte mich nicht erinnert aber der Charakter ist der Krone irgendein Bild direkt in den nächsten Lappen da muss man nicht noch warten um die Waffe zu messen so kurz ja damit hast du gewartet bis ich bei dir war sehr freundlich vor dem Wäppchen jetzt ja wir sind in den Lappen jetzt sind wir ich will mal ein bisschen Action ein bisschen mehr Spiele gehen du bist so hä? ich seid ja nicht hier lang man ihr hört doch heute gerade aus nein das sind wir wieder beim Anfang aber du hast ja nicht zurückgefahren ja 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 ganz links ich sag die Wäden durch müssen ich hab's wieder im Gefühl ich hab's wieder im Gefühl aber jetzt. lässt mich leider nicht in etwa nochmal hier wir müssen uns hier wir müssen nach için das war ja nicht alles nicht alles ich denke So, jetzt sind wir aber richtig. Dir kommen extrem viele kleine Spinnen. Meine Fähigkeit macht allen Gegenende. Okay, ich habe das für mich noch cool. Warte jetzt noch kurz. Du bist jetzt nicht mehr voller Leben, heil dich noch mal. Heil dich! Alter, Mann! Warte noch, warte noch kurz bevor wir den ankommen.